hallo meine lieben freundinnen und freunde der medizinischen fußpflege herzlich willkommen zu let's play resident evil hd remastered und wir haben ja abgespeichert und ich glaube ich hoffe jetzt mal dass mein trainer jetzt funktioniert weil ich spiele es nicht ohne worte gucken wir mal welche mit den türen werft vielleicht kommt zweite mal wo ist mein käse 99 luftballons und jetzt habe ich alles oder aha geht nicht geht nicht gibt es nicht wo sie erst nachladen oder wie jetzt aber mein stück ist aber dachte ich habe unendlich munition als habe ich oder 15 doch jetzt sind meine farbbänder gibt es die noch doch nach da das ist das klingt gut aber jetzt gehen wir noch mal dahin oder das ist wirklich ein bisschen wo weiß die tricks tür worte hoch ich bin falsch muss da oben rein worte ja da wie soll es sich da rein oder mensch da könnte sich keine saue auskommt als jetzt war so oft kann schon wieder nichts sagen jetzt bist du da durch und da rein da in den kachelgang oder kachelmann jörg kachelmann denke ich jetzt kommen wieder die hundis oder ja die grafik ist eigentlich ganz nett also richtig so sollt es also passend für ein 20 schon immer wo ich bin dadurch passend für ein horrorspiel eigentlich so wie vollart drei da ist es auch so schwarz weiß ja also so grau in grau genau da ist sie wieder ein großaufnahme das ist eine hübsche da waren wir schon draußen oder aber chemikalien eingesackt oder hatte spiel das muss man dazu sagen ob alles kommt der hoppla kommt das schon wieder so mit tut es ist noch es ist noch käse da und das mache ich damit ein heizungs kessel die feuchtigkeit hat in rosten du soll ich den jetzt in rosten es kommt gleich wieder ein hund kommt und jetzt warte das war die erste türe ich muss mich mit lösung ich mache das so eine lösung gibt es im zweiten ist das badezimmer da waren wir schon drin ob da jetzt wieder einer drin in der wanne oder wie du die wanne ist voll das war schon richtig schön groß da hat da musste sie sich übergeben das ist jetzt ist da nichts mehr drin oder nebenbei kann nicht schaut da hat sie sich übergeben die liebe konstanze die ist schon lange nicht mehr geputzt naja gut das würde mich jetzt auch wundern jetzt müssen wir in die dritte da geht es nicht rein hoch da um die ecke oder mensch die klar die perspektive kann einen nerven da muss immer schauen jetzt da rein da ist jetzt erwartet das ist eine falle achtung da ist jetzt ein gewehr oder nicht was ist denn da geht es denn da hin eine hilfe und geht es denn da da ist was ist der farbband farbband da kommen nehmen wir das mit ist so wurscht oder was gibt es noch war das jetzt alles nieder ist immer noch was was ist denn da noch hier scheint etwas gebrannt zu haben ein strenger geruch hinkt nach kommst du sind da staffelei und hier ist nichts aber warum ist es dann noch gut gekommen da ist sonst nichts mehr erwarte warte mehr wirklich also zum glück weil das ist eine falle warte worte wo er das liegt noch ein dolch oder dolch niemanden mitkommt scheiß drauf das ist das gewehr und das heißt wenn ich das nehme warte falls jetzt zuvor die sequenzen berg hatte tammer hinter kommt der gewehr wenn ihr das gewehr nimmt wird eine falle ausgelöst wenn ihm so ist klickt beide türen an und berg wird euch retten falls jetzt zuvor eine sequenz mit berg hat wo euch die säuregranaten geben so kommt euch berg nicht so viel könnt dann aber in dem raum in den raum zurück und das gewehr wieder weg legen um das gewehr dennoch so halten benötigte das kaputte gewehr haben die mit einem t geschrieben merkt euch in dem fall diesen raum na gut dann gehen wir da lieber wieder raus wo geht es raus das ist das gewisse kennt sich wie immer keine sauer bin ich jetzt vor der richtigen tür menschen spielen darf gut jetzt müssen wir da weiter oder 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 witziges spiel holzboden hinter der vierten tür findet ihr einen weiteren flur holzboden passiert trägt direkt die erste tür im westen um den flur da ist dieser wo sind wir und ich kenne sich da ist die lösung ist aber voll blöd geschrieben auch jetzt kommt doch auch wo bin ich jetzt bin ich aber erschrocken wo geht es denn da rein hoch jetzt hat er die dolch in der fresse oder wie schreibmaschine inventar box und das scheint jetzt aber richtig soweit passiert direkt die erste tür im westen um in den flur zu kommen vor der treppe findet ihr den speicherraum hier gibt es den reibstoff kanister dann ist immer hier richtig warum kommt es also eine musik was ist denn das ein werk objekt was ist denn das ach scheiße jetzt warte da muss ich das irgendwas was ist denn das zu oberst liegt eine laterne durch das warme licht entspannen sie sich ja das denke ich bekomme da können wir die spiel macht mich freddy kalt speichern wie viel wie oft kann man da speichern worte wie oft geben es machen wir und was ist mit dem kanister da es ist noch kerosin dort toll hier gibt es den treibschrift kanister und was ist jetzt mit dem drecks ding da sollte jetzt lege ich mal das weg da wartet ist da prüfen kann man das sind ablegen heute mission weg verwenden wie kann man das weg legen kann man das weg liegen verwenden auf verwenden jetzt habe ich verwende jetzt kann jetzt gleich dessen was ist denn das kompass ist das treibstoff kann ist das ist ein treibstoff kanister so schauen die aus was ist denn da wieder wer weg die wünsche nicht das ist pistolenmagazin oder wie gibt es da sonst nix das spiel ist zum reißen stein was ist denn das objekt austauschen ach inventar box was ist das gut mit der box farbband bis zum magazin erst hilfes spiel soll ich die geschosse kann ich die jetzt daran legen ach kommendes ding ist zum aha das ist mir zu hoch gut kommen da sonst nichts mal alte kiste und leiter stehen da und toll ja da wäre ich von selber kommt jetzt gehen wir raus geht nicht gibt es nicht hier gibt es in der heimschrift kanister geht nun wieder raus und lauf die treppe hoch doch passiert die reppe geht nun wieder raus und lauf die treppe doch und passiert die treppe hoch also kommen die haben eine rechtschreibung da wird der übel hat er jetzt das besser in der fresse als kommt wieder einer kommt treppe hoch das wollen wir gar nicht da twitter kunde nicht jetzt müssen müssen wir lauf die treppe hoch hoch nicht doch und passiert die südwestliche tür in den dunklen flur kommt das weiß doch wo soll südwestlich südwestliche tür passiert ja durchgehen oder passieren passieren heißt vorbeigehen da kommt da unten kommen die drei da kommen die drei oder sie haben die tür und muss ich da jetzt sein oder wo das ist der dunkle flur oder wort warte genau dunkle flur und das dort es ist das braucht man ach komm legt mich doch am ort holz paspartout das ist worte moment dann muss ich jetzt was auch kommen das kann doch nicht sein wie kann ich da ein zweck liegen hausschlüssel chemikalie scharfschlusslich das liegt deswegen kann man das jetzt irgendwie verwenden ach komm das brauchen sie jetzt nicht irgendwas abliegen kommt es war eine kampfmesser ich will das weg legen abprüfen kombinieren ach komm legt mich doch mal wie kann ich jetzt was weg gehen ach komm ich will nicht mehr das muss ich was in die box tun akku hier finde ich soll was soll ich machen wenn ich nichts mehr nehmen von freunde muss ich jetzt wieder darunter oder wie ach die läuft um hier wie gut wo ich noch mal da rein ich will sie nicht mehr wort der tester inventar box dass jetzt da irgendwie test darüber ich will das sind austauschen wie geht denn das ich krieg flöhe die gb kriegen dann ding weg aha jetzt ist da rein jetzt aha was brauchen wir doch dass da rein nee worte kommt worte jetzt hat das da rein aha gut jetzt hätten wir zwei plätze frei oder sammelt das holz war so tun hier findet ihr das feuerzeug und die hundepfeife dabei noch mehr plätze wie kann ich was kann ich da soll ich das auch noch da rein tun ähm man dann kriege ich es ja nicht mehr aha das da rüber jetzt hätte ich drei plätze frei oder na gut gehen wir wieder das spiel ist mir zu kompliziert da war das andere einfacher oder komm ich glaube bis 30 jahre beschäftigt jetzt nur die sachen hin und her zu tauschen was sollen die scheiße meinst du das ist so spielt spaß oder wie meinen die das macht spaß oder wie sie idioten die sind doch idioten die spielehersteller da wachselt man so ewig rum und tauscht sachen hin und her das ist wie so sachentausch bei holz paspartum mitnehmen ja wo muss jetzt weiter warte lauft weiter nach westen durch die türen des arbeitszimmers westen des worte westen gehe ich jetzt noch wissen jetzt gehe ich nach osten also muss ich da hin aha mensch da kommt's hoch die ist aber schnell genau arbeitszimmer hier findet ihr der fahrzeug und die hundepfeife 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 uch ne fahrzeug 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 da ist was warte hundepfeife mitnehmen vor ein warte hundepfeife lauerte und immer auf dem der das die 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 ein offenes tagebuch die 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 city die action die die dann war man nix mehr oder wohlfuschkeitslösung verlassen das arbeitszimmer und durchwert den flur nach osten verlassen das arbeitszimmer durchwert den flur nach osten also da jetzt raus wieder oder daraus wird durch in das kaminzimmer nach osten bin ich jetzt schon richtig aha sorte jetzt da weiter oder da ist zu da geht nichts oder die tür ist verschlossen ein rüstung jetzt kommt gleich wieder ein hundi osten daran oder das spiel macht ein reddy zehn minuten nach osten kaminzimmer es ist das kamin zündet den kamin mit dem fahrzeug an auch das jetzt noch genau die eingeladen strich im geliff zu gut jetzt gleich das sehen und und wird benutzt dann das holz passepartout um die karte villa erstes umgehen zu erhalten benutzt dann das soll es passpartout verwenden da ist eine karte von villa mitnehmen da kommt doch kein sauber sie haben die karte von villa erstes umgehen das ist toll warte dann geht es hier schon los mit weiter mit dritten hier in der lösung da ist aber kuschel kircher zehn minuten hatten ja zehn neun das ist immer noch käse drin hier immer noch irgendwas drin naja die kräuter da oder wie die waren nicht gibt es da schon ein stück mehr sonst gibt es ja nicht text basiert dass ein bild eines halbgebauten hauses aha und nützt mir das was kommt meine spiel ist saubild durch nun durch den dunklen flur zurück in die eingangshalle erstes ok und dann weiter geht es denn da hin nirgends helm symboler kommen und jetzt muss ich zurück oder kommt nun durch den dunklen flur zurück in die eingangshalle erstes ok dunklen flur durch die eingangshalle erstes obergeschoss komme ich da jetzt nie da ist überall zu warte begibt die eingangshalle es zimmer erstes og im westen auch kaum wo soll denn das sein auch kaum gibt es nur zurück in die eingangshalle erstes og dunkle flur kann ich die jetzt aufsperren heute bin ich noch richtig genau da komme ich nicht rein wo sie sind dort verschwissen rüstungs symbol muss ich da weiter oder da komme ich auch nicht durch oder da ist zu die tür ist verschlossen da komme ich ja nicht durch freunde da wir haben den schlüssel das haushal in der toll aha eingangshalle erstes og da sind wir jetzt jetzt müssen wir mal wieder speichern oder worte jetzt gehe ich runter und speichern gestern ging es noch wo geht es nur runter doch da gehe ich da runter sollte ein speicher hier oder komm jetzt machen wir wieder pause oder das wird mir jetzt zu viel jetzt speicher ich da ist die schreiben schreibmaschine und da schreiben wir jetzt und dann machen wir wieder pause das hält keine sau aus ok also danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten video so